Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Meine scheule Schrift compression! Die ganze Nationalität ist ein Haufen Niederrettucksaffelorebser Faグlinge! Mein Führer! Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für sie verbundenen Rosa? ascend! Bei vous? Ich bin seit einer Sacingie, verre contaert! Mein Führer, was Sie da sagen ist unbeherrlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militärmolaraktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt. Ich hatte gut daran getan. Um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. There is only one God La ilaha illallah